Musik Musik Deswegen sollst du aus der Zone wieder rausgehen, entspannen, aber immer drittens bleiben. Greiten, angucken, kannst du auf den Tisch laufen. Wir haben immer in einem anderen Lokal gespielt, wo der Tisch jetzt nicht so war wie hier. Das sind ja traumhafte Tische. Dieses Training ist super. Wo wir hergekommen sind, war eigentlich kein Training so gedacht. Wir haben immer selbst trainiert in dem Sinne, wo dann auch unser Coach gesagt hat, okay, er macht das jetzt, er zieht das jetzt mit uns durch, um dann vielleicht auch mal eine zweite Mannschaft zu bilden. Und dieser Sprung, den man macht, den man gemacht hat, bis jetzt in diesem halben Jahr oder Vierteljahr, ist Wahnsinn. Es ist unterhaltsam, aber doch mit einer gewissen Strenge und bringt doch was rüber, wie man es machen soll. Und sag dir mal, wo die Fehler liegen bei einem. Schön sicher stehen und drückst du das Kühlschrank drauf. Dann hast du einen sicheren Stand. Das ist ja wirklich ganz, ganz wichtig, dass du sicher stehst. Der Verein an sich ist wirklich super toll. Also ich bin erst seit drei Monaten hier. Ich bin ab und zu zum Hobbyspielen hergekommen. Allerdings Pool. Und habe die Leute kennengelernt hier. Alle wirklich sehr herzlich. Jetzt habe ich mich zum Snuka entschieden. Wir sind wirklich fleißig am Trainieren. Der Coach ist super. Die Vorstände sind super. Die ganzen Gäste sind einfach alle toll. Alle herzlich. Man wird herzlich begrüßt. Es ist wirklich eine tolle Atmosphäre hier. Einfach die Atmosphäre und der reizt das Spiel selber einfach. Und das Miteinander der Leute und die Lockerheit einfach. Und das Spiel an und für sich reizt einfach. Und das möchte ich einfach weitermachen. Auch im Mannschaftssport spielen. Weil das einfach Spaß macht. Ich bin jetzt seit circa fünfeinhalb Jahren Mitglied im BSC Augsburg. Zu seiner Zeit bin ich eigentlich über Freunde hier reingekommen. Die schon circa zwei Jahre vorher drin waren. Die kenne ich aus anderen Bereichen, Sportbereichen wie Fußball. Aber ich denke, dieses Training hier ist wesentlich vom Aufbau her, vom fundamentalen Wissen her wesentlich begründeter. Und hier kann man dann doch sehr viel dazulernen. Ja, ich bin überrascht. Die Jungs sind ja, ich denke, erst seit einem viertelhalb Jahr dabei. Und ich konnte von Anfang an kaum Unterschiede zu mir. Eher noch, dass ich dem einen oder anderen aufgrund seiner Körperhaltung, aufgrund seines Angehens, wie er den einzelnen Stoß, aber auch das Spiel an sich angeht, bin sehr überrascht. Das sind ziemlich weit, die Jungs. Ich versuche, wie man es eigentlich gelernt hat, aber ein bisschen mit Technik und nicht einfach sinnlos draufholzen. Der gleiche Stoß wie immer. Und schon hast du deine Hand frei zum Auflegen. Das Training gefällt mir sehr gut. Es ist extrem hilfreich. Also jede Woche lerne ich mehr und merke den Fortschritt. Die Mannschaft ist ja soweit schon geplant. Wir sind ja schon drauf und dran. Und trainieren auch extra für die Liga. Und das ist der große Traum, dass wir da weiterkommen. Nachdem der Snooker hier in Augsburg wirklich sehr toll angesehen ist, war das da so, dass wir ja eine erste Mannschaft im Snooker-Bereich haben. Ziemlich erfolgreich. Und durch Zufälle, durch verschiedene E-Mails, auch über unsere Internetseite, kamen junge Spieler zu uns. Das war ganz toll. Und ich habe mir dann wirklich Gedanken darüber gemacht, dass wir dann wirklich hergehen und sagen, warum keinen Trainingstag einführen. Und dementsprechend habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen und habe dann praktisch einen Trainingstag angeboten mit Coaching, mit Zusammengehörigkeit. Seit zwei Monaten macht man das jetzt und die Jungs sind sehr motiviert. Ich bin der Meinung, die haben sich um 100 Prozent gesteigert und dann bin ich ganz, ganz stolz auf den Jungs. Das ist eine recht tolle Geschichte. BSC Augsburg gefällt mir sehr, sehr gut, weil der Support ist sehr, sehr gut. Das heißt, egal was man braucht, Trainingsbälle, alles was man zum Coaching braucht, Support auch in Übungen, weil du möchtest ja natürlich auch gewissen Support haben. Man unterstützt die Jungs hier als Coach, als Trainer, aber selber möchte man ja auch nicht zu kurz treten. Und dann sind doch die guten Spieler auch da, die besseren Spieler, die dann auch hergehen und sagen, Pinot, wir trainieren jetzt. Und dann klappt das eigentlich ganz gut. Und von dem her bin ich wirklich top zufrieden. Ein paar Worte zu meinen Schülern. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, weil die kamen, wie vorhin schon erwähnt, die kamen zu mir und wir haben begonnen mit leichten Übungen, damit die Jungs auch verstehen die Basics. Wir sind jetzt mittlerweile schon da, dass wir Breakbuildings machen. Die Jungs haben sich als Top-Jungs entwickelt. Die Zusammengehörigkeit ist extrem. Man unternimmt auch gerne zusammen was. Wir waren auch schon zusammen beim Bohlen. Also von dem her ist die Zusammengehörigkeit wirklich top. Und die Jungs, die sind mir auch ans, ich muss es auch mal so sagen, ans Herz gewachsen. Das ist eine ganz tolle Truppe und sehr diszipliniert. Aber sonst wären sie, glaube ich, nicht da, wo sie jetzt sind. Also Hut ab und ich bin auch recht stolz auf die Jungs, muss man wirklich sagen. Pino ist ein verdammt cooler Typ, macht Spaß mit ihm zu spielen, macht Spaß von ihm trainiert zu werden. Ja, den kenne ich ja auch seitdem ich beim BSC Augsburg bin. Ich schätze ihn so als Mensch sowieso und als Schnuckerspieler ziemlich hoch ein. Er hat sicherlich auch seinen Ehrgeiz, das sieht man am Tisch. Ich denke, von ihm kann man noch was lernen. Und er hat es auf jeden Fall drauf, sich sowohl mit Jung als auch mit Alt gut zu arrangieren. Versteht die Leute, sieht die Stärken, sieht aber auch die Schwächen. Und ich denke, da haben wir einen guten Mann gewischt als Trainer und natürlich auch als Spieler. Ja, wirklich. Vielen, vielen Dank an den Trainer. Er bringt uns wirklich viel bei, nimmt sich viel Zeit, viel Geduld für uns, um uns das zu zeigen. Er ist auch privat wirklich eine tolle Person. Wir haben viel Spaß daran. Nochmal vielen Dank. Und der Pino ist einfach der perfekte Coach. Einfach, dass er sieht, wenn es einem schlecht geht. Also auch das Zwischenmenschliche. Nicht nur, dass er ein Coach ist, sondern auch dieses Zwischenmenschliche. Dass man sagen kann, mir geht es jetzt schlecht. Auch persönlich, dass man zu ihm gehen kann und kann sagen, ich habe da ein Problem. Das ist einfach klasse, traumhaft. Es ist kein Club. Es ist kein Verein. Es ist einfach irgendwo so eine kleine, große Familie, wo man reinkommt und man wirklich jedem die Hand schütteln kann und jeder einem wirklich anguckt. Und sogar Snooker, Poolspieler spielen Snooker mit einem. Oder man kann auch mal Pool miteinander spielen, ohne dass man wirklich irgendwo Verpflichtungen hat oder Verpflichtungen zeigen muss. Es ist Wahnsinn. Also ich finde es nicht als ein Verein, sondern als eine kleine, große Familie.